Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Christian und ich liebe Value Investing. Wir wollen uns heute einmal zusammen anschauen, wie man das Enterprise Value oder den Enterprise Value verwenden kann, um Aktien besser zu bewerten und vergleichen zu können. Und das Enterprise Value, ganz kurz, wie man das berechnet, ist relativ einfach. Man nimmt die Marktkapitalisierung eines Unternehmens, rechnet die Gesamtschulden des Unternehmens obendrauf und zieht dann die liquiden Mittel, also sowas wie Cash auf dem Konto, ab. Und der Enterprise Value ist sozusagen der wahre Preis, wenn man das Unternehmen jetzt an der Börse kaufen würde. Denn wir haben nicht nur das Marktkapital oder die Marktkapitalisierung, die wir bezahlen müssten, wenn wir ein Unternehmen kaufen, sondern wenn dieses Unternehmen zum Beispiel Schulden hat, dann müssten wir diese Schulden ja aus den zukünftigen Gewinnen des Unternehmens bezahlen. Das heißt, das sind einfach Kosten, die zusätzlich zum aktuellen Kaufpreis der Marktkapitalisierung noch obendrauf kommen. Und genauso müssen wir eben abziehen, wenn das Unternehmen Cash auf dem Konto hat. Denn wenn ich das ganze Unternehmen jetzt den Preis kaufen würde, dann könnte ich ja das Cash des Unternehmens nehmen und den mir auszahlen oder sowas. Das heißt, dieser Betrag hat eben einen wahren Wert, der ja sozusagen dann wieder mir gehört, wenn ich das Unternehmen jetzt kaufen würde. Ja, und ich sage mal, häufig wird ja das KGV genommen, um Aktien zu bewerten. Warum das keine gute Idee ist, hatte ich ja mal in einem einzelnen Video zum Besten gegeben. Das verlinke ich dir auch hier nochmal. Und nur nochmal ganz kurz, das KGV, wenn wir das nehmen, wird ja auch berechnet, indem man die Marktkapitalisierung nimmt und durch den Gewinn des Unternehmens teilt. Das heißt, wir haben aber ja ein Unternehmen und ob dieser Kauf jetzt günstig oder teuer war, hängt eben nicht nur von den aktuellen Gewinnen und dem aktuellen Preis, den ich eben für diese Gewinne bezahle ab, sondern er hängt natürlich auch davon ab, wie sich das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickelt und hängt auch davon ab, wie viel Geld oder Vermögenswerte das Unternehmen hat und wie die Verschuldungssituation des Unternehmens aussieht. Und diese Dinge werden eben durch das KGV leider nicht mit berücksichtigt und deswegen kann man hier den Enterprise Value nehmen, um das Ganze ein bisschen zu optimieren und wenigstens einen dieser Fehler, dass man eben die Schulden und die Guthaben nicht berücksichtigt beim KGV, das können wir damit eben verbessern. Und das schauen wir uns jetzt an, wie das funktioniert. Ich habe mir hier ein kleines Beispiel gemacht. Wir haben zwei Firmen, beide oder die eine Firma hat eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Euro und einen Gewinn von 1 Million Euro. Das heißt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis würde hier bei 10 liegen und das andere Unternehmen hat eben eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Euro und auch ein Gewinn von 1 Milliarde Euro. Das KGV würde hier also bei 11 liegen. Zusätzlich hat aber Unternehmen 2 noch 2 Milliarden Cash auf dem Konto, die die Firma 1 eben nicht hat. Und was jetzt passiert, wenn wir das jetzt berücksichtigen und den Enterprise Value ausrechnen, ist eben Folgendes. Und zwar würde bei Firma 1 das Enterprise Value 10 Milliarden Euro betragen. Das heißt, das wäre also der Warekaufpreis, den wir jetzt für das Unternehmen zahlen müssten. Oder sozusagen die Gesamtkosten, wenn wir das Unternehmen kaufen. Und Firma 2 hat zwar eine Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Euro, aber 2 Milliarden Cash. Und wenn ich die jetzt abziehe, kommt eben ein Enterprise Value von 9 Milliarden heraus. Das heißt, obwohl das KGV höher ist, ist der Warekaufpreis von Firma 2 eigentlich niedriger wie Firma 1. Und das ist genau das, was eben das Enterprise Value uns sozusagen ermöglicht, dass wir diese Unterschiede von Unternehmen eben berücksichtigen können. Ganz kurz nochmal, also das Enterprise Value hilft uns eben, Unternehmen besser zu bewerten. Und das ist besonders interessant, wenn man Unternehmen miteinander vergleicht. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Branchenvergleich macht, wo man alle Automobilhersteller zum Beispiel auflistet. Wenn man diese jetzt bewertet nach dem KGV oder über die Marktkapitalisierung, dann berücksichtigt man eben nicht die Unterschiede in diesen Firmen. Und gerade die Schulden und die Guthaben können eben dazu führen, dass ein Unternehmen optisch teuer oder günstig aussieht, obwohl es in Wirklichkeit eben nicht so ist. Und wenn man jetzt das noch ein bisschen besser machen will, kann man also das KGV erstmal mit der Marktkapitalisierung mit den Schulden und den Guthaben berechnen. Und wenn man es noch ein bisschen besser machen will, dann benutzt man das Enterprise Value durch EBIT. Das EBIT war ja das operative Ergebnis. Und damit kann man Aktien noch ein bisschen genauer bewerten. Denn statt den Gewinnen verwenden wir hier eben nicht die, eben nicht diese Gewinne, die vom Management, aber auch durch so Einmaleffekte sehr verfälscht sein können, sondern wir bewerten das Unternehmen anhand seines operativen Ergebnisses. Also das, was sozusagen aus dem eigentlichen Geschäftsmodell verdient wird. Und das ist eben dann eine weitere gute Möglichkeit, um das Ganze hier noch etwas verbessern zu können. Das ist auch die Art der Bewertung, die Joel Greenblatt für seine magische Zauberformel genommen hat. Und er hat damit ja sehr gute Ergebnisse erzielt. Ja, soviel erstmal zum Enterprise Value. Das heißt, damit kann man eben, ja, ich sag mal, gute Vergleiche anstellen und ein bisschen die Fehler herausholen aus seiner Bewertung. Und wenn du das Enterprise Value benutzt oder eben das für eine blöde Idee hältst, dann schreib es doch mal in die Kommentare und dann können wir uns drüber unterhalten. Dein Christian von der Value Academy.